Hallo Freunde des Entertainments, Killer hat seine Liederchen fast alle fertig, also schon zum Großteil und hier ist ein kleiner, nur ein kleiner Vorgeschmack auf die musikalischen Ergüsse, die euch da erwarten. Zieht euch schon mal Ohrenkondome an. Vielleicht auch Millionen, vielleicht auch Milliarden, vielleicht trägt die ganze Welt Waffen von mir bei sich. Hände mich. Dr. Killer, meine Mädchen sind PS3 gefährdet, snicken Kids wie andere Schokolade und reviven gerne. Sie spielen dick auf dem Server und kennen sich mehr als pflichtig. Ich glaube, meine Mates sind Teamplay-süchtig. Pack up! Meine Mates spielen nicht im dritten Orchester, sie spielen die erste Geigel, für sie ist immer Silvester. Girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, that's where it's true. Hey there Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there in... Wenn ihr wirklich so gut seid, ja dann verhaltet euch auch so. Schreibt euren Werbetext, dann bitte auch gescheit. Und heuchlet auch nicht einfach falsches Interesse bei uns vor. Tote Abos bringen euch nur einen Scheiß. Einen Scheiß, einen Scheiß, einen riesengroßen Kotklumpen. Es bringt euch überhaupt nicht. Also schaut ihr bei uns, abonniert uns, aber wir gucken nicht zurück, weil wir gemein sind. Ah, 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 ah. Es bringt keine Sub für die Kleinen. Manche sind aber richtig... Ein Jungle kam von deinem Tower-Dive zurück. Bei mir findet ihr schon was, wo sich der Jace grad verdrückt. Ich trappe und kann nichts farmen. Du kannst jetzt nichts erwarten. Ich wollt dich fragen, wollen wir den nächsten Angriff wagen? Willst du mit mir gangst? Sorry. Hab ich gerade mit dem Pubs verwechseln. Damn, girl. Weil du hinreisen bist, tätowier ich dein Gesicht. In mein Gesicht, mir ist alles scheißegal, ich würde Kinder erschießen. Was blind? Ich bin geistig behindert vor Liebe. Dann stand sie einfach so da. Ist sie der heilige Grad oder nur heiße Gefahr? Wer weiß? Ich muss sie treffen sofort. Werde ich dann lächelnd umsorgt oder mit Messern durchbohrt? Wer weiß? Extra Blatt. Verseuchte Gewässer will mich entschuldigen, doch sage Hurensohn. Dein Schweig quetscht in die Hände. Das ist der Anfang. Vorbilder. Der letzte Tag hat begonnen. Nochmal hab ich uns ein bisschen gebunden. Du brauchst gar nichts fliegen. Es ist weg vorbei. Lass es das Ende. Die Welt bricht es vor. So Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt ihr mal schreiben, auf welches Lied ihr euch am meisten freut. Ich hab, wie gesagt, noch nicht alle ganz fertig. Ich glaube am ehesten wird wohl Dr. Killer, Battlefield, Dingenskirchens, Gedöns kommen. Und alles andere dann danach. Welches Lied jetzt am wenigsten fertig ist, weiß ich gerade gar nicht genau. Die Layla, glaube ich. Oder vielleicht sogar die Layla. Ne, es ist die Layla. Ich glaube es ist wirklich, ja. Und der Rest, also je nachdem halt wie. Ich weiß auch nicht, wegen Videos. Immer ein unangenehmes Thema. Wir sind ja immerhin auf einer Videoplattform. YouTube und so. Aber ich will keine Videos machen. Beziehungsweise reicht es euch, wenn. Also ich will jetzt nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, je nachdem, was ihr so schreibt. Ja, so machen wir das. Okay, gute Nacht. Wooo.